Und wieder ein wunderschönes Workout für euch und zwar habe ich Sit-Ups, Leg Levers und Aufstehen sowie Handstand, Ausfallschritte und tiefe Kniebeuge und wir machen jede Minute 5 Burpees, egal wo wir gerade stehen. Wir fangen mit einer 25er Serie von allen Übungen an, beim Handstand natürlich nur 25 Sekunden, dann die 20er Serie, 15er und 10er und egal wo ihr gerade seid, ob ihr jetzt gerade beim 5. Leg Levers seid oder wie auch immer und die Minute ist um, macht ihr 5 Burpees. Das Ganze wird richtig anstrengend durch die süßen Dinger hier. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.